Bei uns im Studio heute Morgen am Samstagmorgen Mikiko Ponczek und das hat auch einen bestimmten Grund, denn gestern Abend da hast du den Publikumspreis des Max und Moritz Preises gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie lange hast du gefeiert? Oh, ein bisschen zu lange. Ich musste ganz viel Kaffee trinken heute. Ja, aber ehrlich gesagt, dann hast du sehr viel weniger Ringe unter den Augen als ich. Lange dran gepudert. Ah, das ist das Geheimste. Warum haben wir hier keinen Pudert? Müssen wir mal mit meinem Team drüber reden, dass ich vielleicht auch mal abgepudert bin. Was bedeutet dir dieser Preis? Ja, also für mich ist das so der erste Preis überhaupt in dieser Art. Das ist also unglaublich spannend. Also ich bin immer noch, ich kann es irgendwie immer noch nicht ganz glauben. Das ist also, ja, nicht nur, weil das ist ja, jeder kennt den, aber unter Manga und so ist das manchmal so ein Problem, dass man nicht so ganz ernst genommen wird. Das ist nochmal so eine Kategorie, ist ja für Mädchen und irgendwie für Teenager und so. Und dann ist das dann nochmal was ganz Besonderes, hier in Erlangen dann erstmal nominiert zu sein und dann auch zu gewinnen. Also das ist ganz, ganz groß für mich. Du warst ja dann auch in einer anderen Kategorie auch nominiert. Hast du da schon mit gefiebert gehabt? Also ich wusste gar nicht, dass das halt auch in der anderen Kategorie mit dabei ist irgendwie. Also das habe ich gar nicht gewusst. Als ich dann im Publikum saß bei der Gala war ich dann ganz verwirrt. Weil, ja, also das wusste ich gar nicht. Man hat mir vom Publikumspreis erzählt, weil das soll man ja dann auch erzählen und den Fans sagen so, hey, das war mal für mich so. Und ja, das war also eine Überraschung eigentlich. Du hast ja den Publikumspreis gewonnen. Wie wichtig ist für den Publikumspreis die Fanbase? Extrem wichtig. Also bei mir geht ohne Fanbase gar nichts. Denn der Grund, warum ich als Manga-Zeichnerin und Comic-Zeichnerin überhaupt davon leben kann, ist eigentlich durch die Fans. Denn ich habe dieses Patreon, was, ja, das ist so wie so eine Website, ähnlich wie Kickstarter, so ein Crowdfunding, nur das ist halt eine monatliche Angelegenheit. Und das ist wie so eine Mäzenbeziehung. Nur, dass es statt einem Mäzen, der einem großzügig dann das Geld gibt, sind das ein kleines bisschen von jedem Fan irgendwie so ein Euro mal oder fünf Euro mal. Und dann sind das halt einfach ganz, ganz viele Fans, die nicht unbedingt dann ganz viel Geld haben, aber gerne meine Sachen sehen wollen. Und die bekommen dann halt Sachen zurück und so. Und ja, wie gesagt, dadurch kann ich überhaupt davon leben. Ist ein großer Teil meines Einkommens und meines Lebensunterhalt so. Und ja, so alles, was im Internet ist, ist auch durch die Fans wird das geteilt. Und nur so habe ich auch überhaupt den Status jetzt gewonnen, weil die Leute die Sachen teilen und mit Leuten zusammenlesen und den Freunden empfehlen und so. Und das geht ganz schnell. Und ungefähr, das geht es halt gar nicht. Das finde ich schon erstaunlich. Es gibt ja nicht so viele Comiczeichner in Deutschland, die davon leben können. Ja. Du kannst es. Und das nur übers Internet, also nicht durch regelmäßige Aufträge. Ja. Es gibt ja andere Comiczeichner, die haben ihre regelmäßigen Aufträge wie Flix. Ja, Flix kann natürlich davon leben, aber das ist, finde ich, sehr erfreulich auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, du bist halb Deutsche, halb Japanerin und wir haben dann gestern gehört, ja, deine Vorfahren kommen auch irgendwo aus Polen. Ja. Und du sprichst viele Sprachen. Viele Sprachen habe ich nachrecherchiert. Ja. Ich finde das ganz erstaunlich. Also, Japanisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Ja. Okay, Englisch und Deutsch kann ich auch. Französisch bin ich in der Schule gescheitert und Japanisch, also ich weiß nicht, ob ich das jemals lernen kann. Wie schwierig ist es jetzt, ist das, diese vielen Sprachen auseinanderzuhalten? Also, es ist gar nicht so schwierig, weil bei mir war das so, dass ich einfach von klein auf drei Sprachen gelernt habe. Dadurch, dass mein Vater nicht so gutes Japanisch konnte und meine Mutter nicht so gutes Deutsch konnte, haben sie sich dann auf Englisch unterhalten und mit mir und meinen Schwestern dann jeweils Japanisch und Deutsch. Und somit hatten wir drei Sprachen schon abgedeckt. Und es ist halt so, dass Kinder sowas einfach unheimlich schnell lernen. Und haben auch, also ich hatte nie Schwierigkeiten, die auseinanderzuhalten. Es wird dann nur ein bisschen chaotisch, wenn dann mal Familie zusammenkommt und dann andere Leute mit dabei sind, weil dann wird herumgeschaltet und dann, wenn man dann mal kein Japanisch versteht, dann ist das ganz komisch, wenn dann halt Wörter dazwischen geschoben werden. Ja, und ansonsten habe ich Französisch auch in der Schule gelernt. Und das war also die einzige Sprache, die ich wirklich dann gelernt habe, richtig. Und ich habe aber auch eine Zeit lang in Belgien gelebt. Also sieben Jahre, glaube ich, waren das. Und da hat mich das natürlich auch geprägt und habe ich das auch anwenden können. Und ja, man meint, es ist irgendwie ein Chaos im Kopf, aber es ist irgendwie doch ganz erstaunlich, was der Mensch so machen kann, dass es nicht anstrengend ist. Ich kann das nur bestätigen. Also ich persönlich spreche noch fließend Italienisch. Mein Sohn ist Italienisch und Deutsch aufgewachsen und in der Zwischenzeit lernt er Englisch, jetzt kriegt er noch Französisch hinzu. Ich glaube, dass es eine wahnsinns gute Sache ist, wenn man mit zwei Sprachen aufwächst, weil das Gehirn ganz anders geschaltet wird. Also liebe Leute, wenn ihr mal Kinder plant, bitte lasst sie zweisprachig aufwachsen. Mindestens. Du hast schon erwähnt, du hast in Belgien gewohnt, du bist viel rumgereist durch deinen Vater. Was ist denn dein Vater eigentlich von Beruf? Er hat bei einer Bank gearbeitet, an der Börse. Und das war dann halt alle zwei Jahre oder so erst mal. Und nachher konnte er dann auch in diesen Aussuchen, wo wir dann hingegangen sind. Und Belgien hat uns besonders gut gefallen. Dann haben wir als Familie gesagt, ja, dann wollen wir hier ein bisschen länger bleiben. Und dann waren es halt nicht nur zwei Jahre, sondern zwei, sieben. Ja, das war, also ich war ja ganz klein. Das war schon eine unglaubliche Erfahrung für damals. Damals ist man halt nicht so selbstverständlich überall hingereist. Und also mit sechs Jahren hatte ich dann schon die Hälfte der Welt gesehen. Und das hat mich schon auch sehr geprägt. Und deswegen, was die Comics angeht, war meine Perspektive auch immer international irgendwie, dass ich versucht habe, auf Englisch auch viel zu machen. Und wie gesagt, im Internet, dann hat man irgendwie alles an seinen Fingerspitzen, kann man ja erinnern. Und das hat perfekt gepasst. Du bist jetzt schon eine ganze Weile als Mangaka unterwegs. Erzähl uns doch etwas von deinen Anfängen. Ja, also der Manga war für mich immer so eine Verbindung nach Japan natürlich, weil ich fast immer außerhalb Japans war. Und nur meine Mutter hatte so als, ne, zum Japanisch sprechen. Ich hatte auch nicht so viele japanische Freunde. Man hat sich auch nicht so gesehen. Und das war für mich so eine kulturelle Verbindung noch nach Hause. Und ist für mich so eine Sprache geworden. Ich hatte früher auch gar nicht so viele Freunde. Und ich konnte mich auch nicht so wirklich, ich war sehr schüchtern. Und ich konnte mich nicht so gut verständigen. Wir sind immer umgezogen. Und da war für mich das Zeichnen einfach so eine Art zu kommunizieren und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich habe dann irgendwann mit zwölf einen Shonen-Manga gelesen. Also so ein Abenteuer, so eine Heldensache. Eigentlich für Jungs. Ich habe immer mehr so Sachen für Jungs cool gefunden. Und dann habe ich mir irgendwann mit zwölf gedacht, so das macht ja jemand als Job. Muss ja sein irgendwie. Das kann ich doch bestimmt auch. Und dann habe ich erst angefangen abzuzeichnen. Und danach habe ich mir meine eigenen Sachen gezeichnet. Und es ist irgendwie nie weggegangen. Und als ich dann nach Deutschland gezogen bin, war gerade dieser Manga-Boom. Also das hat gerade angefangen, wo die ganzen Sailor Moon-Leute, also die Leute, die mit Sailor Moon aufgewachsen sind, haben dann gesagt, wir machen auch Manga. Und die Sachen, die damals dann veröffentlicht waren, waren ja teilweise noch nicht so ganz das Niveau, das man jetzt gewohnt ist. Und dann dachte ich, hm, das ist ja gar nicht so unrealistisch. Dann probiere ich das mal. Und dann habe ich mich bei so kleinen Verlagen erst beworben mit ganz schrecklichen, krackeligen Sachen. Aber ich hatte ein sehr, ja, sehr großes Selbstbewusstsein, dass das ja doch klappen wird, weil so schlecht bin ich ja nicht. War ganz gut, auch wenn ich heute denke, oh Gott. Und das hat dann tatsächlich geklappt mit so einem ganz kleinen Verlag. Und dann bin ich mit dem wirklich auf Manga-Messen regelmäßig gegangen, ein paar Jahre. Und da habe ich dann so die großen Leute kennengelernt. Und plötzlich kannte ich dann, wenn die Szene so klein war, kannte ich dann alle. Und dann kam halt irgendwann die Leipziger Buchmesse. Und ich wurde für einen Workshop auf die schwarze, ich weiß nicht, das schwarze Sofa, glaube ich, das ist eine große Bühne, eingeladen. Und gegenüber war Tokio Pop. Und das war der erste Termin ganz frühmorgens, wo keiner irgendwie wach ist. Und da saßen dann so drei Leute im Publikum. Und ich stand da und musste meinen Workshop halten. Und ich habe dann so die drei Leute angesprochen. Und ich hatte ein Mikrofon auf der großen Bühne. Und ich dachte, das ist ganz schrecklich. Und nach dem Workshop habe ich natürlich gesagt, ja, ich habe einen Stand da und da, komme ich besuchen. Und dachte, das war ganz schrecklich. Und dann bin ich zu meinem Stand zurück. Und dann stand da der Chef von Tokio Pop und meinte, ja, welcher Manga ist denn deiner? Dann schaue ich mir den mal an. Ja, und der Rest ist Geschichte so. Ja, das waren meine Anfänge. Christian Byrne, mit dem du hier gewonnen hast, ist ja bei Tokio Pop erschienen. Ist aber nicht dein neuestes Werk. Das ist jetzt dann bei einem anderen Verlag erschienen. Warum jetzt der Wechsel von Tokio Pop? Also bei mir ist das so, dass ich bin da ziemlich flexibel. Ich probiere gerne viel aus. Und ich glaube, als Zeichnerin weiß ich auch noch nicht so ganz. Ich habe mich noch nicht selbst gefunden. Ich probiere jedes Genre. Ich probiere verschiedene Protagonisten. Und dazu gehört halt auch mal was anderes. Also der Neue ist halt auch richtig erotisch. Also so richtig, ja, schmuddelig. Und ich dachte mir dann so, naja, die Fans, die mich durch Tokio Pop kennen, haben doch andere Erwartungen. Ich probiere es einfach mal so. Und dann schaue ich mal. Und ich schaue einfach, wie das funktioniert. Und Crash and Bird ist halt Boys Love. Und Boys Love ist einer der meistgelesenen Genres so im Manga, glaube ich. Und ja, und dieses Hentai ist ja dann halt eher für Jungs und, also Männer. Und ich wollte einfach mal ein anderes Publikum so ansprechen. Und das hat bisher, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Du hast es angesprochen. Crash and Bird ist ja eigentlich, ist ja ein Boys Love. Das ist ja eigentlich eher was für Mädchen. Und du hast ja gesagt, du liest lieber Sachen für Jungs. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du dann etwas für Mädchen gemacht hast? Also ist es so, ich habe vor Crash and Bird ja schon mal ein Boys Love gemacht. Und das war so mein erster Manga. So richtig, wo ich wirklich alles selbst geschrieben habe. Und geplant, also schlecht geplant, aber geplant. Und das war dann wirklich so komplett für dieses Genre. Genau in den, also gewisse Klischees muss man dann halt auch erfüllen. Und das habe ich dann halt auch so gemacht. Und das war wirklich für Mädchen gezeichnet. Und der Grund dafür war eigentlich nur, weil das ist eine, wie sagt man, ja, damit kann man irgendwie nicht falsch liegen, war das so. Also die Mädels sind halt damals auch der größte Anteil in der Manga-Szene gewesen, war fast nur Mädels damals. Und da hat man halt für Mädels was gezeichnet. Und Crash and Bird war dann aber, ja, zu einer Zeit, wo ich dann schon von diesem Genre zu, also genug hatte. Wo ich sagte, ja, das ist mir dann doch zu kittig irgendwie. Ich habe es jetzt ausprobiert. Es reicht mir irgendwo. Aber dann hat Tokio Pop gesagt, ja, aber es verkauft sich halt sehr gut. Jetzt überleg doch mal, was können wir denn machen? Und ich habe gesagt, okay, wie kann ich denn dieses Genre wieder interessant für mich gestalten, dass ich mich nicht langweile? Ja, was mag ich? Ich mag harte Kerle, Rockmusik, Punk. Ja, probieren wir es mal einfach. Da wird dann nicht irgendwie geschmust, sondern gekloppt. Das fände ich gut. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Es war ein großes Risiko, aber lustigerweise habe ich unheimlich gutes Feedback dafür gekriegt, weil es eben nicht genau wie alle anderen aussah. Und auch ganz, ganz, also die Charaktere sind halt überhaupt nicht dieses, die Rollenverteilung ist anders und so. Und ich habe wirklich erstaunlicherweise auch sehr viele männliche Leser. und das finde ich immer ganz toll, wenn Leute sagen so, ja, ich lese normalerweise keine Manga oder ich lese normalerweise keine Boys Love, aber deinen fand ich toll. Und das ist so das größte Look, das man kriegen kann. Ja, von Sinnen hat ja gestern gesagt, um Gottes Willen, da war ja ein Pils zu sehen. Ja. Für sie natürlich etwas, ja, wir wissen ja, ihre Orientierung. Ist es denn wirklich so sehr notwendig, dass es da auch echte Sexzehenden gibt in diesem Manga? Ja, also für die Mädels, die wie gesagt dieses Genre mögen, ist das doch ziemlich wichtig, dass es dann ein bisschen heißer wird. Und also so viel sieht man da jetzt nicht, finde ich. Ich habe schon Schlimmeres gezeichnet. Aber ich wollte das halt auch so machen, dass es ab 16 natürlich noch okay ist. Ja, also die Leute sind heutzutage auch reif in dem Alter, dass die verstehen, was da passiert. Und ich glaube, zu der Zeit war auch einfach, ja, dieses ganze Homosexuelle, also Hochzeit und so war halt auch immer ein Thema. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht, muss man halt auch irgendwie mal, ja, ehrlich sein. Und so sieht es dann halt aus. Und es sollten ja auch echte Personen sein. Manchmal ist zum Beispiel Sexualität auch nicht schwarz-weiß. Also da habe ich dann auch ein bisschen das nicht so deutlich gesagt. Ja, ich glaube halt, es ist nicht schlimm, dass man dann ein bisschen ruhig irgendwie... Also ich habe zum Beispiel bei Boys Love ist das oft so, dass dadurch, dass es für die Mädels gezeichnet ist, dass die sich selbst da gerne hineinprojizieren. Deswegen ist das oft auch dieses kitschige, romantische und so. Und ich wollte aber echte Personen. Und da gehört dann halt auch mal der Sex dazu. Und das ist dann halt auch nicht immer hübsch. Und es wird halt nicht immer nur so. Und ja, ich glaube, ein bisschen schockierend finde ich auch immer gut. Das ist so dann der innere Punk in mir. Man sagt so, ja, das ist ja okay, das erwartet man von mir auch nicht unbedingt. Und ja, warum nicht? Also ich mag es dann halt auch so. In Bezug auf Homosexuelle, das ist ja Ralf König, der Vorreiter schlechthin. Hast du von ihm Comics gelesen und haben die dich irgendwie beeinflusst? Jetzt weniger, aber ich weiß natürlich, klar, ich habe auch schon mal was gelesen, aber ich besitze leider keine von ihnen. Das ist jetzt ganz peinlich. Aber ja, Einflüsse eher weniger. Also ich habe einfach, ich weiß nicht, ich habe sehr, sehr viele Freunde, die einfach, mit denen ich wirklich jeden Tag zu tun habe, die mir dann irgendwie erzählen, was, also ich glaube, was mich am meisten beeinflusst hat, war wirklich ein Freund von mir, der, als ich noch in der Schule war, Austauschschüler aus Amerika war und aus Kentucky auch, glaube ich. Ach nee, Indiana, egal. Es war auf jeden Fall ein Staat, wo eben das extrem schwierig ist. Und er hat mir einfach erzählt, was er sich so anhören muss von Familie und Freunden und das hat mich dann doch sehr geprägt, weil ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber das fand ich dann total komisch, weil ich das nie in meinem Umfeld als Problem gesehen habe und dann einfach einen Einblick in eine Kultur hatte, wo das wirklich ein Riesenproblem war, wo man eben sich nicht sicher fühlen konnte. Und das hat dann doch zum Beispiel auch Lost & Found sehr beeindruckt, äh, nicht beeindruckt, äh, beeinflusst, so. Und bei Crash & Burn war das ähnlich, nur dass es nicht ganz so an der Vorfront war vom Thema. Also das war dann eher unterschwellig, wo es dann, vor allem wenn Band 2 dann mal erwähnt wird und so, aber nicht so deutlich und das fand ich dann ein bisschen eleganter gelöst, muss ich mal sagen. Aber es hat doch, also das war so der Punkt, wo ich dann dachte, so dieses, ja, romantische Zeug, das passt auch irgendwo nicht. Ich fand es dann doch wichtig genug, dass das echte Menschen sind, die dann auch damit zu tun haben und sich damit rumschlagen müssen. Und da sind wir bei einem ganz interessanten Thema, Diskriminierung. Diskriminierung betrifft ja auch durchaus Flüchtlinge. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass wir diese Aktion CSE 16 Refugees Welcome gestartet haben, um einfach zu zeigen, ja, wir wollen die Willkommenskultur leben. Und du bist nun, sagen wir mal so, du hast einen gewissen Migrationshintergrund. Ja, das ist wichtig. Wie wichtig ist dieses Thema für dich? Das ist mir sehr, sehr wichtig, denn das Schwierige ist, wenn man halb ist. Also in Japan wird man dann auch tatsächlich halb genannt, als wäre man nur eine Hälfte. Man ist nie wirklich das eine oder das andere. Das heißt, in Deutschland fragt man mich immer, wo ich herkomme. In Japan fragt man mich, wo ich Japanisch gelernt habe. Und das endet auch nie. Also das werde ich mein Leben lang hören. Und das hat lange gedauert, bis ich mich damit so auseinandergesetzt habe, dass ich sage, okay, das stört mich jetzt nicht mehr. So bin ich halt, ich passe halt nirgends rein. Aber als ich jünger war, hat mich das schon sehr mitgenommen. Weil man als Teenager vor allem möchte man überall dazugehören. Und ich durfte nie dazugehören. Und so alle solche Sachen, das nehme ich sehr ernst. Also ich habe auch eine Zeit lang so für einen Freund in Berlin, hat halt eine Taekwondo-Gruppe für Kinder. Und da arbeitet er auch in erster Linie mit Kindern aus Flüchtlingen und so. Und Migrationshintergrund. Und da habe ich dann halt auch so das Logo, Design und so. Das habe ich alles halt auch gratis so, weil mir das wichtig war. Also ich habe gesehen, welche Arbeit er macht. Und vor allem bei Kindern war mir das halt extrem wichtig. Und ja, also ich finde sowas immer toll. Und es ist auch wichtig, einfach mal, ja, auch wenn es nur gesagt wird, man muss es halt hören und immer wieder sagen, weil die Leute, also manchmal ist das doch sehr beängstigend, was man so hört und liest im Internet und so. Und da muss man halt gegenwettern, immer. Auf jeden Fall. Dafür bin ich auf jeden Fall auch. Prima. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Heimfahrt. Eine, vor allen Dingen, ganz glückliche Heimfahrt, ganz klar. Und ich hoffe mal, dass das nicht der letzte Preis gewesen ist, sondern nur der Beginn von vielen Preisen. Ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass das so ist. Und würde mich auch freuen, wenn wir uns dann irgendwann in den nächsten Jahren wieder mal sehen zu einem Interview und dann darüber sprechen, was sich seitdem dann getan hat. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Was ist eigentlich dann das neue Projekt? Gibt es ein neues Projekt? Ja, ich mache ja momentan ganz viele Webcomics. Und das sind so ganz kurze Strips, so Alltagssituationen. Auch wirklich, ja, manchmal mit Witz, manchmal nicht so. Also es geht eigentlich nur darum, so ist mein Leben und heute ist das passiert. Ich bin Milch kaufen gegangen und habe irgendwie nicht in den Spiegel geschaut und hatte dann meine Haare, die so hochstehen. Solche Geschichten. Und die poste ich schon seit, ich weiß nicht, 2011 oder so regelmäßig im Web, gratis zum Lesen. Und ich möchte davon jetzt dieses Jahr noch ein Sammelband drucken. Und da kommen dann auch ein paar exklusive kleine Comics dazu, ein paar Extras. Und das ist so das, was als nächstes bei mir erscheinen wird, auch bei Pyramond. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich dann aber auch drauf. Und wie gesagt, ich wünsche dir jetzt eine gute Heimfahrt. Danke. Und vielen Dank für das Interview. Ganz lieben Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.